Ich habe ja eh damit gerechnet, dass ich die komplette Heckklappe, bevor ein neuer Heck-Spoiler draufkommt, was eigentlich auch Thema des heutigen Videos ist, dass ich eben davor einmal hier drüber poliere. Und das passiert auch in diesem Video. Macht da einen robusten Eindruck, eigentlich sogar einen robusteren Eindruck als dieses komische labbrige Carbon-Ding da. Aber gut, ich bin back vom Lackierer. Da ist das gute Stück. Oh, heftig. Einfach nur heftig. Ich habe entschlossen, jetzt erstmal den ersten Durchgang mit der hier zu machen und einfach auch nur mal sicher zu gehen. Das ist die Extenter-Foliermaschine. Damit werde ich jetzt nicht gleich hier den kompletten Lack wegschleifen. Deswegen mache ich hier einfach mal so zwei, drei Kleckse drauf. Oh, das war ein großer Klecks. Scheiße. Das wirft sich einfach raus. Also wieder gleich das Spiel. So, läuft jetzt sicher nicht gleich wieder runter. Vielleicht auch ein bisschen höhere Stufe. Ich war jetzt auf 2 von 6 die ganze Zeit. Ich glaube, ich mache jetzt einmal Stufe 3. Ein bisschen mehr Druck. Und dann gucken wir mal, wie es danach aussieht. Aber ich muss sagen, für das erste Ergebnis, der Glanz war schon ganz schön heftig. Also im Reel ist es nochmal ein bisschen besser runtergekommen, als auf der Kamera. Fürs erste Mal polieren, klingt gar nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall glaube ich jetzt nicht mehr, dass ich mir den Lack damit komplett zerstören werde. Jetzt auf Stufe 3. Und ich sage einfach nochmal von vorne an. Also wir sind mit dem zweiten Durchgang jetzt durch. Wir haben auf Stufe 3 anstatt auf Stufe 2 poliert. Und ich habe ein bisschen mehr Druck gemacht. Und ich habe auch ein bisschen mehr mich hier an dieser Stelle aufgehalten, wo die hauptsächlichen Kratzer sind. Und jetzt kommen wir kurz her mit der Kamera. Jetzt sieht man auf jeden Fall schon eine deutliche Besserung. Es sind immer noch Kratzer da. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es mittlerweile von dem einen auf den anderen Durchgang definitiv besser geworden ist. Jetzt mit der Politur noch drauf, sieht man wahrscheinlich nicht so viel auf dem Handy. Man sieht schon fast gar nichts mehr. Ich gehe jetzt hier einmal mit dem Mikrofasertuch drüber, dann wären sie wahrscheinlich wieder sichtbar. Aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Besserung zu merken. Es ist nur die Frage, wie viele Durchgänge mache ich jetzt hier noch mit der Exzentermaschine? Oder hole ich doch mal die Rotationspoliermaschine raus und gucke mal, wie es damit läuft. Aber jetzt sieht man sie wieder noch. Aber auf jeden Fall besser geworden. Davor sind sie einem sogar im dreckigen Zustand ganz schön noch aufgefallen. Jetzt glaube ich, wenn da ein bisschen Dreck drüber ist, siehst du sie wahrscheinlich schon fast gar nicht mehr. Sieht man jetzt nur noch ein bisschen, weil die gerade komplett poliert ist, die Heckklappe. Aber ich glaube, ich mache noch einen mit der Exzentermaschine. Dann mal gucken, wie es danach aussieht. Und dann hole ich vielleicht auch nochmal die andere raus. Uh, digital. Aber lässt mich es nicht umstellen irgendwie. Ja, also wir haben uns jetzt doch nochmal kurzfristig umentschieden. Ich werde jetzt die Rotationspoliermaschine auch mal benutzen. Einfach damit ich vielleicht keine 300 Durchgänge brauche, um die Kratzer komplett rauszubringen. Und falls ich mir Hologramme reinmache, damit haben wir immer noch die externe Poliermaschine, um die wieder rauszumachen. Das ist zumindest der Plan. Jetzt ist nur die Frage, ich weiß nicht, warum er mich jetzt hier keine verschiedenen Geschwindigkeiten auswählen lässt. Ich kann nur ein- und ausschalten. Ah, dann. Ja, moin. Achso, sie hat auf jeden Fall ordentlich Dampf. Achso, Tone ist die lieblich. Tone ist das kleinste. Okay, ich werde jetzt glaube ich erst mal einen Durchgang auf der kleinsten Stufe machen. Sie hat ja mehr Dampf auf der kleinsten Stufe als hier auf der vollsten Stufe. Also wir werden sehen. So ein Spiel kann ja nicht kaputt gehen, glaube ich. Cut. Outlook brennt. Ich beruhige mich einfach selber. Hier haben wir sogar so einen geriffelten Schwamm. Kannst du auch nochmal zeigen. Ich glaube, der ist auch sehr weich. Genau, der ist sehr weich, sehr smooth. Ich glaube, dass das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass man noch mehr abträgt als so ein glatter Schwamm. Wobei, keine Ahnung, das sind alles nur Mutmaßungen. Also falls hier sich irgendjemand von euch auskennt, ihr dürft mich gerne korrigieren. Dann einfach die Fresse halten. Ja, genau. Ich denke mal, vom Prinzip her ist es mehr dem Ende das Gleiche. Die hat nur ein bisschen einen größeren Auflageteller, fällt mir gerade auf. Du hast ja eine große Fläche. Richtig. Und ab dafür. Dritter Durchgang jetzt aber mit der Roter Zockpoliermaschine auf geringster Stufe. Wir machen wieder das gleiche Spiel. Ich wische hier einmal kurz die Reste ab. Die kleben schon ganz schön gut fest, aber man darf die wirklich nicht antrocknen lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei dem Schwamm die Politur ziemlich gröselig ist jetzt irgendwie, wenn man sich das hier so anschaut. Weil die angetrocknet ist. Aber ich habe mir jetzt nicht länger Zeit gelassen als davor auch. Deswegen wundert mich das gerade ein wenig. Oder zu viel Politur genutzt oder sowas? Keine Ahnung. Bin mir gerade nicht wirklich sicher. Ich bin jetzt mittlerweile fertig geworden. Und mit Polieren, der Chris ist auch schon weg. Wir haben es natürlich heute nicht mehr geschafft, den Heckspoiler auch noch dran zu kleben. Das mit den Kratzern, bis die alle draußen waren, hat dann leider doch etwas länger gedauert, als wir zuerst gedacht haben. Aber ich zeige euch jetzt gleich mal das Endergebnis. Und ich muss sagen, für die Umstände bin ich doch sehr zufrieden. Ich werde vielleicht morgen, bevor wir den Spoiler ankleben, also ja, wir kleben ihn morgen an. Bevor wir den ankleben, werde ich vielleicht doch noch einmal drüber polieren, um wirklich so die allerfeinsten Kratzer auch noch rauszukriegen. Aber ich bin mit dem Ergebnis jetzt eigentlich auch schon so zufrieden, dass ich den Spoiler eigentlich jetzt hätte schon drauf machen können. Aber nichtsdestotrotz, ich zeige euch jetzt mal kurz das Zwischenergebnis oder vielleicht Endergebnis schon, je nachdem. Ich probiere es erstmal von etwas weiter weg. Und ohne Blitz. Ich finde, actually, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber man erkennt einfach von hier schon, dass die Heckklappe einfach viel heftiger am Glänzen ist, als die komplette Stoßstange zum Beispiel. Ich bin im Großen und Ganzen jetzt, dafür, dass mein erstes Mal polieren war, echt zufrieden. Die Kratzer, die ich hier euch am Anfang gezeigt habe, die ich eigentlich, naja, damit beseitigen wollte, sind fast ganz raus. Also ich tue mir gerade wirklich schwer, die auf der Kamera noch einzufangen. Ich glaube, ich schaffe es ohne Blitz sogar gar nicht, dass man die noch sieht. Gerade hier ganz leicht wirklich. Also minimal sieht man es und auch nur in der Spiegelung sozusagen. Tut sich aber gerade ein bisschen schwer mit dem Fokus. Also hier so ganz leicht sieht man sie noch bei direktem Lichteinfall. Aber von hier auf der Kamera keine Chance. Und ja, in echt tut man sich hier auch schon auf jeden Fall schwer, die Kratzer hier noch zu sehen. Was mich ein bisschen mehr abfuckt, sind diese Flecken, die dieser scheiß Klebstoffentferner hier hinterlassen haben. Die sind leider nicht weggegangen. Ich weiß nicht, warum oder woran das liegt. Aber die Flecken da oben und auch die Streifen hier an der Seite, jetzt sieht man sie auch noch ein bisschen besser. Wenn man sich bewegt, sieht man die ganz gut. Die sind leider partout nicht weggegangen. Und ich bin hier auch jetzt bestimmt auf dem Teil locker zwei, drei Mal drüber gegangen. Mal gucken. Vielleicht mache ich mir morgen nochmal die Mühe und mache noch ein, zwei Durchgänge, bevor wir den Heck-Spoiler hier dann letzten Endes an die Kante montieren. Arme für heute. Ist es auf jeden Fall erstmal gut. Ja, was kann ich ein bisschen sagen als Fazit? Also es ist einfacher, als ich gedacht habe wirklich. Also mit der Exzenter-Poliermaschine auf jeden Fall. Die Rotations-Poliermaschine, die war schon etwas kniffliger auf jeden Fall. Weil die, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die einem immer so abhaut. Weil die sich halt wirklich nur in eine Richtung dreht. Und die hat dann halt immer den Drall in die Richtung, in der sie sich dreht. Ist auch um einiges schneller von der Drehzahl als die andere her. Aber mit der auf jeden Fall für so einen blutigen Anfänger wie mich ging voll klar. Ein echt gutes Ergebnis erzielt. Politur, hatte ich euch ja schon gezeigt, glaube ich. Falls nicht. Einmal hier, Sonax. Einfach mit der heftigsten Polierwirkung, weil ich halt wollte, dass die Kratzer rausgehen. Mehr habe ich mir dabei auch nicht gedacht. Jetzt schraube ich mal kurz mein Kennzeichen ran, weil ich heute nochmal irgendwo hin muss. Für euch geht es jetzt gleich weiter, wenn wir entweder die Kante hier nochmal ein bisschen mit Isopropyl Alkohol präparieren. Oder den Hexpoiler vielleicht noch ein bisschen anschleifen. Und da das Klebeband drauf machen. Der Hexpoiler ist fertig repariert. Ihr habt es gerade schon gesehen. Einmal alles schön fein säuberlich mit dem 3M-Tape abgeklebt. Ganz wichtig auch die Ecken, weil da hat sich mein letzter als erstes wieder angefangen hier abzulösen. Bin mal gespannt, ob es jetzt hier besser hält. Es ist auch ein anderes 3M-Tape als das, was ich letztes Mal benutzt habe. Das ist jetzt hier für lackierte Oberflächen und Metalle. Also eigentlich genau passend. Jetzt gehe ich hier an der Heckklappe noch einmal mit Reinigungsbenzin drüber. Und dann werde ich eine Taktik ausprobieren, die ich auch aus einem anderen Tutorial habe sozusagen. Und zwar haben wir den so angelegt. Dann hier einmal über die Kante mit Kreppband fixiert und dann einfach nach oben umgeschlagen. Die Sachen abgezogen und dann einfach nur wieder umgeklappt, um quasi die perfekte Position zu behalten. Ich glaube, das probieren wir jetzt einfach auch mal aus. Hört sich auf jeden Fall ganz sinnvoll an. Aber erst mal noch einmal mit Reinigungsbenzin drüber, dass hier auch keine Fettreste oder anderen Rückstände mehr sind. Wie das jetzt schon auf der Kamera aussieht, guckt da mal durch, wie das jetzt die Heckklappe und der Spoiler so am glänzen sind. Alter, heftig, Mann. Der Heck-Spoiler ist jetzt perfekt ausgerichtet. Man sieht die Passgenauigkeit auf jeden Fall hier. So einen halben Millimeter ist noch Abstand. Genau wie auf der Seite auch noch so ein halber Millimeter. Jetzt haben wir hier links und rechts einmal ein Kreppband fixiert. Und was jetzt als nächstes passieren wird, ist, dass wir den einfach so umklappen. Einer hält. Einer zieht die Schutzschicht, die Anti-Klebeschutzschicht vom 3M-Tape ab. Und dann wird der einfach nur mit Hilfe der Scharniere sozusagen wieder nach unten klappt und dann angedrückt und ist automatisch in genau der perfekten Position. Und dann wird der einfach nur mit Hilfe der Scharniere, die 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 Scharn very nice ja doch viel besser als ohne also ohne scheiß was das ausmacht allein wenn man auch irgendwie 5 oder 10 Meter weit weg steht meiner Meinung nach unterschied wie Tag und Nacht mit dem Glanz schwarz jetzt sticht viel mehr raus als davor ich glaube ich glaube warte jetzt mal kurz ich geh nochmal kurz rein und hol nochmal was weil das wissen die 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 Videos anschauen tatsächlich noch gar nicht was ich hier noch für eine Überraschung dahinter haben habe aber das jetzt natürlich ein guter Einwand so Heckspoiler ist dran Emblem ist auch an der Heckklappe gut Kennzeichen fehlt noch aber was könnte denn jetzt noch an der Heckklappe angebracht werden nun wer kommt drauf und zwar bam alter richtig schön den Schriftzug hier noch an der Ecke ran natürlich in schwarz matt alles schon besorgt auch schon länger geplant aber jetzt wo ist hier die bessere möglichkeit nachdem poliert ist und der Heckspoiler dran ist und die Heckklappe wahrscheinlich so sauber ist wie sie es noch nie war kein besserer Zeitpunkt um diesen Schriftzug des Modells auch noch dran zu kleben jetzt müssen wir gerade nur noch ein bisschen recherchieren aber da wo der Schriftzug am besten hinkommt das I kommt genau an die Kante von der von der Einkerbung an der Kofferraum ah ja ok und der und der Mitte des Schriftzugs ist auf Höhe der Leuchtenden wir brauchen nur noch den Absch achso auf Höhe der Leuchtenden ist die Mitte des Schriftzugs da machen wir einfach auch nochmal mit Kreppband am besten oder ja hätte ich jetzt auch gemacht ok ok wir gucken mal wir kleben hier mal so eine kleine Form hin und dann schauen wir doch mal aber Kleber ist da hinten schon dran oder? ok ok also laut warte mal wo hast du das gefunden? irgendein BMW-Forum achso Google Bild ok wir haben das jetzt mehr oder weniger imitiert und zwar der untere Strich von unserem Kreppband hier ist die Mitte Linie sollte also quasi die Mitte sein von dem Schriftzug und die Mitte ist da am ober an der oberen Kante von der ja von den Heckleuchten sozusagen das heißt die Höhenpositionierung wäre ungefähr so dass diese Kante genau in der Mitte vom Schriftzug ist und das I schließt genau bündig ab mit der Kante die hier von der ja Einkerbung für das Kennzeichen kommt sieht aber eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus ja eben das müsste schon richtig sein ja ich glaube so machen wir das das Kreppband macht wirklich dadurch ja aber ich glaube so ist es auf jeden Fall richtig jetzt wird es nur noch interessant weil ich sehe schon die sind in der Verpackung schon ein bisschen verrutscht die Buchstaben wir haben jetzt eine Lösung gefunden und zwar bleiben wir genau bei der Positionierung man sieht die Kante vom Kreppband geht genau in der Mitte vom Schriftzug durch ich glaube rechts jetzt musst du noch ein bisschen nach oben ich glaube jetzt müsste es so langsam passen aber die sind auch ein bisschen schräg draufgeklebt ich würde sagen wir machen lieber Buchstabe für Buchstabe runter ich gehe noch mal kurz einen Meter zurück und schaue es mir an dann werden wir hier an die Unterkante noch einen Kreppstreifen kleben dass wir genau da quasi darauf aufsetzen können mit den Zahlen dann machen wir den oberen weg und den an der Seite na den müssen wir noch dran lassen theoretisch ich mache jetzt erstmal kurz jetzt den unteren dran wir haben jetzt alle unnötigen Kreppstreifen entfernt und wenn unsere Berechnungen und Abmessungen hier stimmen könnten wir jetzt hier genau 335i ankleben das Problem ist dass Schriftzug auf dem Papier hier schon ein bisschen schräg ist ich weiß nicht ob man es sieht aber die und die Zahl sind auf jeden Fall nicht genau gerade das bedeutet ich werde mich jetzt daran machen das Ganze einfach per Hand jede Zahl einzeln aufkleben ich denke der Abstand und hier zwischen ist hier immer so vielleicht ein bisschen weniger als ein halber Zentimeter oder so vielleicht so 4 Millimeter hier sind es vielleicht so 7, 8 oder vielleicht auch ein Zentimeter keine Ahnung ich glaube ich fange auch mit dem I an um ehrlich zu sein jetzt ist nur die Frage das ist ja alles komplett schräg das I ist genau in die Flucht von dem Krepp genau die haben sich was dabei gedacht wer hätte es gedacht ich glaube tatsächlich das ist der Grund dafür dass es am Ende so wirklich so stimmig halt auch ausschaut und da auch der Grund dafür dass man so schnell merkt wenn irgendjemand das ein bisschen steigt oder auch Centerhaltung geklebt hat okay dann gucken wir nochmal ach du Scheiße das wird jetzt nochmal spannend ich klebe es noch nicht ganz feste an erst wenn alle drei dran kleben bisschen mehr so ungefähr wahrscheinlich so wie das I einfach nochmal genau die gleiche Breite das ist uff oh der Kleber ist heftig sind weiter nach unten muss ich aber der Abstand könnte passen das ist ganz schön schwierig alter holy shit jetzt bist du ein bisschen nah am I richtig das könnte passen oder so und die haben jetzt nur ich muss mir den mal einstreichen das ist wirklich weniger als ein halber Zentimeter das könnte passen wichtig ist ja dann dass das Verhältnis von den dreien insgesamt stimmt wenn es jetzt ein Mikrometer Unterschied ist zum original das ist wieder so ein klassisches Ding von jeder Außenstehende wird es einfach nicht bemerken und denkt dass es perfekt ist also hoffe ich zumindest dass es so aussieht okay kurz gucken ich glaube da muss ein Stück rüber oder ganz kleines Stück ganz kleinen Ticken nachher aber die anderen drei alles ging ganz gut aus ja ganz kleiner Ticken nach rechts alter der Kleber ist genauso heftig wie 3M Zeug hau den schitt ich weiß nicht doch doch oder das ist glaube ich okay ich muss noch ein paar Sekunden woanders hinschauen um das wieder beurteilen zu können das ist genau eine Flucht soll ich es andrücken jetzt kann ich noch minimale Veränderungen vornehmen das passt ich glaube auch oh ja oh doch das kommt das kommt ziemlich gut ja außer Kamera sieht es sogar noch perfekt aus es wird schon sehr nice mit dem schwarz ja man vor allem man sieht es auch fast gar nicht es ist echt so ein bisschen dezent aber halt geil alter sieht schlecht dass es so einen geilen Effekt hat hätte ich mir das nicht gedacht es sieht schon wild aus kombiniert sich auch einfach so gut mit dem Heck Spoiler irgendwie ja eben deswegen ja auch wenn es eigentlich schmach ist so wild 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 also wenn das nicht mal ein Upgrade für das Heck ist dann weiß ich auch nicht ah ja ganz wichtig was ich jetzt fast vergessen hätte das machen wir jetzt natürlich im Anschluss noch der muss eigentlich noch über Nacht befestigt werden das heißt ich werde jetzt einfach eine Decke oben drauflegen und dann mit ein paar Steinen die hier einfach irgendwo rumliegen festigen dass das von oben auch mal gut runtergedrückt wird über Nacht und sich im besten Fall dann nicht so schnell wieder ablöst sieht jetzt auf jeden Fall etwas abenteuerlich aus aber es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck durch die Decke kommt auch keine Kratzer oder irgendwas anderes rein hier genau auf die Mitte von den Heck Spoiler jeweils zwei Steine draufgelegt dass das Ganze auch noch gut runtergedrückt wird und dann fahre ich erst morgen das nächste Mal dann sollte die Geschichte auf jeden Fall passen und natürlich habe ich vergessen ein Outro aufzunehmen aber ich kann nicht jetzt sagen ich bin an dem Tag nachdem dieses Video gedreht wurde ganz entspannt für drei Tage in den Urlaub gefahren vier Stunden hin vier Stunden zurück der Spoiler hat einwandfrei gehalten nichts ist passiert ja ich bin heil wieder angekommen Spoiler war noch dran sieht nach wie vor einfach absolut göttlich aus meiner Meinung nach ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen ein paar Tipps und Tricks falls ihr euch jetzt auch eine Spoilerlippe an euren Kofferraum dran machen wollt in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen hoffe es euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wo ich mir ein China Navi in meinen BMW einbauen werde ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen ich muss dazu meinen Armaturenbretter steigen also es wird lustig auf jeden Fall das kann ich jetzt schon versprechen also haut rein und bis zum nächsten Mal